Hallo liebe Mitglieder, Freunde und natürlich auch alle Nicht-Mitglieder. Mein Name ist Reinhard Klinke, ich bin seit 1987 Geschäftsführer der Hardis Fitness Clubs westlich von München, also seit 33 Jahren. Heute ist der erste Tag, an dem wir unsere Clubs nicht aufsperren können. Für die Hardis Clubs ist das eine sehr schwierige Zeit. Wir haben in der Geschäftsleitung und im Team die letzten Tage sehr gut gearbeitet. Natürlich stehen viele Fragen im Raum, die noch geklärt werden müssen. Wir halten euch auf dem Laufenden, auf allen Kanälen, WhatsApp, Facebook, Instagram und so weiter. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass es nicht nur eine emotionale, sondern auch eine wirtschaftliche Extremsituation für uns ist. Unsere erste Priorität ist es, unsere knapp 200 Arbeitsplätze zu erhalten und nach 5 Wochen auch wieder für euch in gewohnter Qualität und mit allen Angeboten aufzusperren. Deswegen bitten wir euch, dass wir weiterhin eure Beiträge abbuchen dürfen. Denn für uns ist es extrem wichtig, in den nächsten Wochen die Liquidität zu erhalten. Für euch soll es allerdings auch kein Nachteil sein, denn diese gesamte Trainingszeit, die ihr jetzt nicht trainieren könnt, wird euch natürlich gut geschrieben. Und zwar mit der nächsten Vertragsverlängerung. Nur auf diesem Weg können wir den finanziellen Schaden über einige Monate strecken und somit für uns im erträglichen Rahmen halten. Zusätzlich dazu erhaltet ihr auch noch einen weiteren Gutschein für einen Freund oder eine Freundin, den ihr dann für den gleichen Zeitraum zu uns kostenlos in den Club mitbringen könnt. Wir möchten euch auch gleichzeitig darauf hinweisen, dass wir schon einige Angebote online platziert haben. Das heißt, nutzt unsere Trainings-App. Dort findet ihr viele Workouts, die ihr auch zu Hause durchführen könnt. Schaut auf unseren Social-Media-Kanälen. Dort haben wir bereits Live-Videos online gestellt, wie ihr eigenständig zu Hause trainieren könnt. Damit ihr auch in den nächsten Wochen hoffentlich an uns denkt. Wir werden euch unterstützen, damit ihr fit und gesund bleibt. Ja, ihr Lieben, da bleibt auch nur noch zu sagen, bleibt fit, bleibt gesund, bleibt aktiv, nutzt unsere Online-Angebote. Und wir alle freuen uns dann schon, wenn wir uns in ein paar Wochen hoffentlich dann wiedersehen. Ciao! Ciao!